Bufu, zeigt euch jetzt mal, was in ihrer Tasche drin ist. Oh, ich habe Angst, dass es peinlich wird. Ja, ich habe auch Angst. Ich bin richtig gespannt. Erzähl mal. Also einmal Levis Reisepass. Mein Etui, also meine Geldbörse. Ja, mit so diversen Kundenkarten sehe ich hier schon. Eine Haarbürste. Auch sehr, sehr wichtig. Ein Puder. Ja. Und unsere Fotos. Oh, warte, die zeige ich euch jetzt mal kurz. Guckt mal, die haben wir nämlich letztens im Foto-Automaten gemacht. Sind die anderen noch anders? Warte kurz. Oder sind sie gleich? Ah. Ja, hübschig. Kopfschmerztabletten. Ja, auch wichtig. Den willst du immer von mir haben. Ein Parfum für die Tasche. Boah, der riecht so lecker. Willst du Spritzer? Und gib her dein Handgelenk. Danke. Man kann ja nie wissen. Ersatzmastfahre. Auch wichtig. Labellos. Ja. Auch sehr wichtig. Wimpernkleber. Warum hast du Wimpernkleber dabei? Von letztem Mal rum. Was auch richtig gut ist, so Tigerballen. Wenn man keine Kopfschmerztabletten nehmen will, dann hilft das auch schon mal ein bisschen gegen die Schmerzen.